Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Red Dead Relemsion 2 Es gab mal wieder zwei Tage wo die Folgen ausgefallen sind Grund ist, ich... Ja, da scheiß das mal rum Der Grund dafür ist, dass ich die Dienstags bis zum Mittwochstags nicht zu Hause war daher auch nicht spielen konnte Und gestern war ich den ganzen Tag nicht zu Hause Ich hoffe man kann es... Ja, ja... Mir verzeihen Und jetzt schauen wir mal Magnifico Das ist diese kleine Zwerg, die wir finden sollten Von dieser einen Frau aus, die mit diesem... Ich glaube mit diesem Riesen da war Der ein kleinen Dachschaden hatte Das ist unglaublich Wenn du so sagst Ja... 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 Cool... Cool... Cool Quest Ähm Was Alter Okay das ist unfair Was Nichts Ah da Was ist das alter Da Was ist da Ist da vielleicht irgendwo auf dem Baum Wo ist er denn Ja 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 wo ist er Wo Sorry though Ähm Ach da Alter Das ist mit dem zu Ähm Hallo Achso Toll Was Das ist mit dem Ah Oh 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 Ich bin zurück. Ich bin weg. Ich bin weg. Auf der nächsten Reihe nach der Great White Way. Wirklich? Du hast genug für ein Ticket? Weil du wie Big Fanny sagt, du hast alle unsere Taktungen auf eine Kase der Franzosen Pucks. Vielleicht hast du. Also, was? Was für ein Showman braucht du eine Stubbe? Die gleiche Schöne, die gleiche Schöne, die gleiche Schöne, in einem Package von der Größe? Du hast Bertram, du hast Dummy da oben. Wer ist Dummy? Der Schöne Link? Hör auf, du dummer. Du hast mich rausgebracht. Du solltest du dein Geist. Du hast mich nicht benötigt. Du bist besser ohne mich. Selbst du, Dummy. Geh auf. Schöne dich für den Kopf, alle von dir. Ich bin aus dem Essen und ich bin aus dem Ideen. Lass mich für die Bärs. Ich werde nicht mehr als ein Geist. Du hast mich verletzt. Du hast dein Bruder verletzt. Du hast mich verletzt. Du hast mich verletzt. Du hast mich verletzt. Du hast mich verletzt. Du bist so alt wie du ein Kleiner. Du hast ihn da. Ah, ein Freund. Ein Freund. Wir sind nicht Freunde. Wir sind Familie. Wir sind Familie. Wie es tut mir das zu sagen. Familie? Und immer nach alles? Natürlich, du wunderschön little Mann. Und ihn? Man hat ihn auf die Bar, agreed zu helfen. Ah, Schöne dich nicht so gut. Ich weiß. Komm zu Mama. Oh, ich liebte dich. Nein, nicht mehr auf uns so wieder. Back zusammen. Back zusammen. Ich bin froh, dass es alles funktioniert hat. Dankeschön. 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 Dankeschön für nichts, dumme. Keine Ruhe. Wir sollten dir ein Stück von der Bärs auf unsere nächste Show. Du hast es gewonnen. Wir spielen Sandinie nächste Woche. Tja. Investition abgeschlossen. Der Geruf der Theaterschminke. So, dann schauen wir mal, was wir als... Nein, das wollte ich nicht. Warte. Wo bin ich hier überhaupt? Wo? Ach da. Ich könnte zu Sadie... Ach komm. Gehen wir zu Sadie Adler. Machen wir ein bisschen mit der Hauptstory weiter. Zack. Warum sind jetzt... Ich fahr nicht. Ja genau, wir wollen ja jetzt Dings rausholen. Wie heißt's? John. Ist das vielleicht hier? Mit dem Schatz. Möglich ist es. Sogar sehr möglich. Ähm. Hallo? Lass mich nochmal immer schauen. Weil ich hab mir grad nochmal angeguckt, die Schatzkarten... Das war die, oder? Ne, das passt nicht. Scheiße. Mann! Wo ist die denn? Umdrehen? Bringt auch nichts, oder? Ne. Keine rauchende Schlote. Wo ist mein Pferd überhaupt jetzt? Was? Hm. Scheiße. Ich hab gedacht, das ist es hier. Scheiße. Es sah ähnlich aus, aber... Naja. Aber was sind denn das für romisch rauchende Schlote dann? Hm. Was haben wir hier? Ja. Es wird Blutfließen. Schön. Ähm. Ich hab mich jetzt mal um. Ich hab mich jetzt mal um. Oh. Ähm. Das ist doch einer, oder nicht? Ja. Der macht nichts. Ich stehe fast neben ihm. Der macht nichts, okay? Ich hab mich jetzt mal um. Hier. Ich kann mir die BAS. Wie. Ich kann mir die BAS. Und das ist der Ende des Tages. Siehst du, da hast du ihn gehört. Jetzt gehen wir. Aber nichts. Es wird schneller und einfacher mit nur den beiden uns. Außerdem wird John calmer sein, ohne zu sagen, über dich. Das ist nicht kompliziert. Nun... Ich weiss nicht, aber ich bin wirklich dankbar. Ja, wir wissen, wie du bist. Wir bringen ihn zurück zu dir. Danke! Danke, beide. Okay, das ist jetzt eine... Hallo? Guten Morgen. Wenn die Kräuter wieder rauskommen, um die Fälle zu arbeiten. Ein Ort, der sich umgekehrt von Marsland, sollte hoffentlich uns ein bisschen Koffer geben, um zu weit entfernen zu finden, um einen Platz zu finden. Schau für John. Dann müssen wir alles tun, nehmen wir alle die Gäste und ziehen unseren Weg weg aus. Sieht sehr einfach. Ja. Wie viele Mal, Marsland? Sagen wir mal so, das einzige Interessante an dieser Mission ist, wie sie aufgebaut ist. Was am Ende passiert ist, können wir uns eigentlich mal vorstellen, wenn wir den ersten Teil wissen. Was ist das? Das ist unser Plan. Ja. Zuhause. Es gibt einen Schrauben da oben. Ich bin mit ihm. Okay, ich werde dich ab. Was haben wir hier? Ah ok, das habe ich schon. Okay, wo ist John? Hey, ich denke, ich sehe ihn. Es gibt eine Gruppe, in der Mitte der Barre. Auf unserer Seite. Ah, ja. Ich sehe zwei Arte. Ok, ich sehe ihn raus und wir gehen. Von hier aus? Ja, von hier aus. Fuck. Du bist verarschen. Ich denke, das war John. Wir gehen da hin und sehen. Ok, komm. Ich denke, einer dieser Regierer war noch weiter. Wir gehen da hin. Wollen Sie sich verarschen? Alter, ist die Idee, diese Lamente. Wollen Sie, Arthur! Wir gehen da hin. Wo ist er? Du siehst? Nein. Du. Du. Herr. Wenn du jetzt von John Marsden? Okay, well, I guess we'll go and get him together. Try anything, I'll blow your damn head off. You clear on that? Yes, very clear. Oh, no, you don't. Come on, Parker. Now, why don't you apologize to the lady for pointing a gun at her? Excuse me? I said apologize. I'm sorry, ma'am. Ain't no harm done. So, where do we go? Towards the entrance, I guess. And who's in charge of this fine establishment? Jameson, sir. Jameson who? No, Mr. Jameson. Heston Jameson. Oh, is he a nice fella? Uh, he's been quite an exacting boss at times. I look forward to meeting him. They're, they're not going to let you do this. Well, it's going to be up to you, my friend. I guess we're about to find out. Komm schon, wir fahren direkt nach der Gange. Du besser glaubst, dass jemand da da ein Verrücktert über diese Fülle. Ich glaube, wir werden sehen. Wir werden uns hier rausnehmen. Feuer, die Gange! Jetzt wird mir auch gespannt, war so leicht wird es bestimmt nicht. Ich habe ihn und werde ihn töten, wenn du mir, John Marston, jetzt hast du eine Minute, ich lasse ich. Ein, zwei, drei. Milliken, ist es? Ja, Herr. Ich lasse mich, ich habe zu sprechen. Ja, Herr. Natürlich, Herr. Von einer oder vier, Herr? Sehr lustig, wir müssen jetzt 11 Uhr sein. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hör auf, dieses Pferd ist und schoss他的 Geist. Und nicht mehr, für nichts. Milliken, nicht weiter zu warten, ich kann dich nicht hören. Hör auf, und schnitzel diese Scheiße, ihr Geist! Kommt rein! Hör auf, Herr. Ich will nicht sterben. Ja, ich weiß, ich weiß. Hey, hey, John. Wie geht's euch? Jetzt geht's nicht so lustig. Der Herr Medikant wird hier zuhören, einmal und für alle. Okay, heute ist dein Glück. Los geht's! So. Hallo? Schieß! Okay, los geht's! Okay, los geht's! Hey, schicken wir los! Get after them! Hey, hey, hey! Stop! Oh, my God, whoa! Hey, get back out there! We let you cover up there! Hey! You want to tie him back? Okay. So. Okay, we're good! Here comes some more! Get down! Been a while, John. You're telling me! What took you so long? I'll explain later. Was that you with the balloon? Yeah! Let's go! Ah! I feel like you! Ah! 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 Mm-hmm! Ah! Okay, Fellers, time to go! So! Okay, fellas! Time to go! Let's go! So! Ja, weiterlaufen. So, Scheiße. Ja, logisch. Das ist logisch. Ich kann die nicht mal anpieschen und die schießen sofort auf mich. Logisch, würde ich auch sagen. Leck mich doch ein. Ja, lauf. Weiter, du Idiot. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Oh, weiter. Nachladen, du Idiot. Hier kommen noch mehr. Geh runter. Es ist ein bisschen, John. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. So, voilà. We got a boat! This way! Follow me! Get down! Hold them up and we'll get to the boat! Come on, Arthur! Hurry! We need to get to the boat! Arthur, let's go! Lauf! Boah! What are you doing? Let's go! We're running out of time, Arthur! We're running out of time, Arthur! Vor allem, die sind was, was ich wieder weit weg. Aber können uns locker treffen. Lobisch! You always seem to need rescue, Arthur. Nice to see you, Arthur. Ah, there are some fellas coming here. Don't look too friendly. We'd best get out of here. Come on, boss. Let's move! Let's move! I'll roll! You shoot! Seriously? Let me! You... You're a better shot! All right, fine. You just relax and enjoy yourself, John. Leave the real work to them, as can still handle it. Thanks. Keep them off us! I'll get out of here. I'm not going around, or we will get you down. Ah! 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 I think I liked you better when you were the... struggled, like a prized chicken! No doubt! Well, hurry up! They're going to be on our tail soon enough, if you boys keep wasting time! That's us to hold down. transgender. Hey, Arthur! Thank you. Don't mention it. Let's go! We should get out of here quick before the log gets wind of this. So what the hell happened in Saint-Denis? Is Abigail alright? She's fine. Jack is too. She managed to escape when they got Hosea. Hosea? That still don't seem real, somehow. All them years. Arthur. He was like... Like family. Yeah, we lost young Lenny, too. No. Wow. What a goddamn mess. And did we... What about the money? Lost somewhere at the bottom of the ocean. What? How the hell did that happen? We hit on a boat. It's the only way out of there. The boat went down in a storm and... We ended up stranded on an island somewhere near Cuba. Cuba? Wait. You're gonna have to tell me all this again. It's a long story, but... Things ain't been good, John. You're telling me. We're holed up now in the mountains to the north. Near Roanoke Ridge. Some caves there. The Pinkertons caught up with us again, and we had to move. Yeah. Seems Molly ratted us out. The bitch. So she's dead, too. Jesus. Maybe you should have just left me to hang. And I should warn you, Dutch didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so... Might not be the hero's welcome, you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank. When they grabbed me, he saw it. It felt almost like he had a moment to do something and didn't. Dutch ain't himself right now. Or... Maybe he just ain't who we thought he was. Guess we don't need to worry about who's his favorite no more. Huh. Guess not. Okay, doch ein bisschen anders ausgelaufen, als ich gedacht habe. Komisch. Da bin ich mal gespannt, wie er dann überhaupt nochmal geschnappt wird. Weil er wird auf alle Fälle geschnappt. So viel ist klar. Ich habe ihn zurückgebracht, Timmy. Wir haben gesagt, wir würden. John! Was machst du hier? Es ist gut zu sehen, Partner. Ich habe gesagt, ich habe noch nicht geholfen für dich noch. Ich habe ihn. Aber ich habe gesagt, dass... Ja, ich weiß, was du sagst. Ich fühle mich anders. Ist das so? Ja. Und wenn Spring und John bringt die Verpflichtung auf alle von uns. Was dann, Arthur? Ich glaube, wir haben noch ein anderes Spiel auf unsere Hände. Loyalität. Arthur, es ist nicht. Ich hatte ein verdammter Plan! John. John. Du bist mein Bruder. Du bist mein Son. Ich bin gekommen für dich. They... They were talking to hanging me, Dutch. They were talking. They were talking. And now they may come and hang us all. Tupaculose. Arthur! Arthur! Oh, sorry. Das war ein Meter weg. Ich denke, dass... Ich weiß nicht. Dutch sagte, dass er und Mike nach Annesburg geht. Was ist mit Mr. Cornwall? Oh, oh. Okay. Danke, Mary Beth. Cornwall, ganz gut. Klar, bei dem haben wir uns auch lange nicht mehr unbeliebt gemacht. Können wir auch mal wieder weitermachen. Schade nur, dass wir nicht der Anführer dieser Bande sind, aber ich habe mir das Gefühl, wenn es hart auf hart kommt, dass die meisten hinter uns stehen und nicht hinter ihm. Und ich glaube, dass ich ziemlich krank bin. Ich bin sehr entschuldigt. Du bist gut, auf der anderen Seite? Ja, ich habe all diese dumm Wunschung genommen. Ich denke, ich bin okay. Das ist wunderbar. Wie? Ich weiß nicht. Ich habe eine Katolische Frau, eine Kirche, und wir betrachten, und es wurde aufgeriert. Die Kurs war aufgeriert. Gut. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht. All diese Jahre, die ich verletzt habe. Alles okay? Nichts. So. Oh, sieht ja super aus hier. Ich warte einfach nur, dass die ganze Karte einfach nur knallrot ist, weil wir eigentlich einfach überall gesucht werden. Naja. Oh, Max, mein Verbundenheitsstufe 4. Du hast mir so eine Fähigkeit freigeschaltet, eine Piaffe zu vollführen. Cool. Das ist ja geil. Ich habe nur was von einer Piaffe gehört, aber ich finde es cool. So. So. Oh, die mitts! You can take whatever you want from my pack for saving me. Here, this will help with the pain at least. Yes, yes! Yeah, have we helped with someone else? Let's see if I can see if I can see the dinosaur. But it doesn't look so bad. So, let's go. So, let's go. Hm. I hope we can play Arthur until the end. I have to play in the middle of the game. I've also survived this whole time. It's going to get a move. Oh, take it easy. There was. so ist das was anderes besonderes ne schade weiter geht's überstock und überstein so was ist denn da jemand der jetzt verschwunden ist schön finde die john weathers eine kutsche jay john weathers die call me snow goose now whatever they call you you borrowed money off of leopold strauss the bills come due this ain't the best time sir this ain't the best time for anyone mr strauss knew it was a long-term proposition the debt is due okay i got supplies meant to last through the winter you can take home just is there any way you can help me i stay out here there won't be anyone to pay you i ain't here to help here to collect we're all all of us up against it look there's men after me they're killers i ain't a deserter just an objector it ain't right if there was another way to run i need your help shut up please hey it's too late i clear off sir shit well seeing as i'm here i'll do what i can for you i'm gonna put you down here i'm gonna put you down here it you 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 Ähm, toll. It's all right, my darling, you can come out. Oh, crap. I probably should have helped you fix the damn wagon. We could probably still save something. Really now? Look, you can take the silver locket further down. Damn the dad, just get her somewhere safe. Go on. Thank you, fella. You know, there ain't enough kindness in this world, that's for sure. But you? I don't know nothing about kindness. Schulden erlassen. Ich weiß, es bringt eigentlich überhaupt nichts. Aber ich wollte es tun. Was machen wir denn sowieso schon hier sind? Elysian Pool. Können wir auch mal hin. Weil da ist so in der Nähe irgendwas sein. Was machen wir denn? Ach, hier sind wir wieder. So. Und weiter geht's. Ja. Haben wir zum Illsin Pool. Schauen wir mal, ob da irgendwo diese eine Schatzzeit ist. Ich weiß nicht, ob es ein Schatz ist. Egal.